Die Verteilung der Flüchtlinge bleibt beim EU-Sondergipfel umstritten. Die Verteilung der Flüchtlinge bleibt beim EU-Sondergipfel umstritten. Die Verteilung der Flüchtlinge nimmt sich gegen Rumänien, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Die Verteilung der Flüchtlinge bleibt beim EU-Sondergipfel umstritten. Die Verteilung der Flüchtlinge bleibt beim EU-Sondergipfel umstritten. Die Flüchtlingskrise dürfe nicht dazu führen, dass die Gesellschaft gespalten werde. Die Verteilung der Flüchtlinge bleibt beim EU-Sondergipfel umstritten. Die Flüchtlingskrise dürfe nicht dazu führen, die Verteilung der Flüchtlinge bleibt beim EU-Sondergipfel umstritten. Die Flüchtlinge bleibt beim EU-Sondergipfel umstritten. Die Flüchtlinge bleibt beim EU-Sondergipfel umstritten.